Hallo, also ich bin Dr. Gabriele Siegert von Werk 2. Ich bin bei Werk 2 seit vielen Jahren, habe schon alles Mögliche gemacht und mache inzwischen die Quality Assurance und Delivery. Und ich bin seit einiger Zeit auch Product Owner für die Print Suite, also für unser großes wichtiges Produkt. Also meinen Vortrag sollte man auf keinen Fall verpassen, weil man dort all die neuen spannenden Features der Print Suite 4.2, die ja bald rauskommt, sehen konnte. Das Besondere an dem Print Day für mich ist, dass die Möglichkeit ist, sich mit allen Menschen zu vernetzen, die sich für Print interessieren. Hier trifft man die Partner, hier trifft man unsere Kunden und man kann mit Ihnen über alle Probleme reden. Ich kriege immer wieder neue Ideen dazu, was wir in unserem Produkt Neues machen können. Und naja, dieses Jahr ist es besonders. Man hat so viele, so wenig Menschen getroffen und diesmal kann man sie alle wieder live erleben. Das ist sehr schön.